Jedes Unternehmen hat Backup, aber nicht jedes Unternehmen hat Cyber Recovery. Und was bedeutet das eigentlich? Wir sehen einfach, dass sich die Anforderungen an eine klassische Backup-Infrastruktur verändert haben. Früher ging es einfach nur darum, Dateien wieder herzustellen. Heute ist das größte Geschäftsrisiko eine Betriebsunterbrechung durch einen Cyber-Vorfall. Und da gilt es entsprechend zu reagieren, um einen Plan zu haben, wenn es zu einem Durchschlag kommt, wieder schnell zur Betriebsfähigkeit zurückzukehren. Und das möglichst schnell. Denn es ist einfach nicht die Frage, ob es zu einem Durchschlag kommt, sondern wann. Und genau in dem Kontext hat Rubrik Möglichkeiten und Ansätze, die Cyber Recovery extrem schnell durch Security-Scanner und weitere Funktionalitäten zurückzuholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017